Das war einfach nur dumm von mir. Ey, ich mach's jetzt einfach mal ohne diese schöne Rüstung. Jetzt mal gucken, ob ich überhaupt noch ohne Rüstung irgendwas reißen kann. Wir dürfen gespannt sein. So, lad mal auf. Ja, dauert jetzt ein bisschen länger als vorher. Ähm, äh, pff. Dauert jetzt zwar ewig, aber gut. Das ist auch selten, dass der hier kommt. Ja, ja, komm. Oh, was macht er? Ist kaputt gegangen. Gut, ist er tot. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, mh, shit. Zack, oh, shit. Zack, oh, shit. Ich dachte, einmal könnte es klappen, ja. Was? Mein Gott, was ist nur ein Lebenssprung? So nehme ich. Oh, und. Nein, der musste wohl nicht gehen. Und wer? Bo, bo, bo. Wahrwagen bekreten, so doof. Zack, zack. Zack, zack. Komm, 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 komm. Hup. Hup, komm, 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 komm. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. denn wir gehen den unteren Weg genommen um ganz gerne okay schon wieder nach dem Hubeck in der 1 2 der auf der auf der auf der auf der auf so gut getötet aber davor der mich auch naja, egal, komm, komm, jetzt flieg, flieg jetzt musst du so hierher fliegen, genau, bam jetzt wählen wir mal den Rush-Adapter aus boah, okay, Rush kann neuerdings einfach so landen, boah, bockert ah, fuck dumm so, schön, und hier soll ich auch noch mal den Rush-Search benutzen, Moment nehme ich auf irgendwie der zweiten Plattform hier, gut zack, zeig mir mal, was du kannst, Rush und jetzt Bell, bitte Bell komm das Bellen klingt zwar nicht das billigste Bellen, was jemals irgendwie gemacht wurde aber schon recht ja, ja, und boah, schon wieder eine, jetzt überprüfen wir vorher mal, wie viel die mir wirklich gibt, wir haben jetzt 148 so, und jetzt haben wir 248 100, ich hatte recht, so zack, mach uns hübsch badabam mal gucken, was jetzt passiert Spannung steigt es passiert nix ich krieg doch einen Kotzanfall, was soll das denn ach, leck mich was soll das denn ich hab den doch schon überall zweimal, ich soll ihn zweimal treffen einmal ist er hier in, ich glaube hier in Cloudman Stage und oder war er da, ich weiß es nicht ah, ich mach jetzt hier dieses ich grabe einmal unter dem Bild von Dr. Wily und dann ist auch gut meine Güte das ist doch schade, so was ja, das dauert nicht lang und dieses Stage kennen wir auch kaum und die Musik gibt auch langsam überhaupt nicht auf die Tröte nein, 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 nein auf Dauertage alter, wer ist schneller? du oder ich? du, das ist dumm komm, ich mag den superadapter, viel, viel lieber toll toll, toll so, schön hehehe oh, ja, ein Sarg tut mir weh oh, ich kann kein Holz anfassen ich bin aus Metall oh, einfach weiter, 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 weiter auch cool so jetzt will ich hier auf jeden Fall nicht getroffen werden schön schön und schön sehr, sehr schön packt ja, lala na, ohne mich ja, so machen wir es jetzt einfach ist viel besser eins das ist dumm naja, gut können wir auch so machen dann mhm, warten, 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 warten oh, jetzt ist heute auch voll auch keiner rein oh, du hast mich so oft getroffen jetzt hab ich dir ja mal zu Tode getroffen die 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 komm runter zack, so jetzt nicht wieder den Fehler machen wie vorher nämlich einfach normal springen und einfach latschen das ist viel besser als alles andere zack ha uuuh okay, komm, komm, komm jetzt kommt wieder der Kürbis oh, spannender Kürbis jetzt muss ich die äußere Schale besiegen okay das dürfen wir ja schaffen bam, 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 bam bam, bam, bam bapapam bapapapam ne bap bapapam bapapam bapapapam du machst nix nö, was das, ich kenne die Attacke ok, vorbei, gut komm, komm jetzt bitte bitte hierher ja, bumm schön schöne Dinglad so, jetzt suchen wir nämlich wieder nach dem Bild von dem doofen Dostor Wiley dann finden wir hoffentlich das was wir die ganze Zeit gesucht haben, nämlich nix Stasch Stasch Aurel, Unwrap it here Wollen wir uns noch das Leben? Ja, ich glaub schon So, weg mit dir, weg mit dir Ah, das lädt jetzt, ah, dieses Energy-Teil lädt für mich automatisch das auf was am wenigsten gerade da ist Ja, cool So, wupp Meins Brrrm Oh Gott, das ist so herrlich mit der Ausrüstung Das echte Rockt So Schön Jetzt kommen hier wieder die Wölfchen, aber über die Wölfchen müssen wir nie lange nachdenken Weil Dumm, Wolf, dumm Mit irgendeiner Fähigkeit soll ich den Mond beeinflussen können Probieren wir's so einfach mal Ja, jetzt sind wir schon dabei Mit was denn überhaupt Mit was von der Fähigkeit soll ich denn hier den Mond beeinflussen? Mit dem Feuerrad Nicht Ah Oh, doch Oder auch nicht War jetzt Glück Nein, nicht abhauen Komm, getötet Ja, Mann So, dann kommt hier jetzt gleich das schöne Bild von ihm Da können wir schon mal den Research auswählen Ah, hier fallen Oh no, hier nach unten fallen nochmal Und Ah, verdammt, ich hab die Gegner vergessen So, so, so Mal schnell, mal schnell Da, ha Da, ha Ja, schön Was So Und Rush Search Und genau da runter Naja, ist fast da drunter Aber das wird schon gut gehen Zeig mir, was du kannst Bell, bell, bell Der bellt nicht mehr Hm, dann finden wir hier auch nix Aber er gräbt schon fast genau da drin Was ist das denn? Nö Das wird doof Hier So Schnurr, 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 schnurr Und jetzt F, F Der macht nicht mehr F, F Warum sollte ich denn hier graben? So ne Kacke Oh, oh Ein Gebiss Ha 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 Ja Das mag ich Guter Gegner Ha Rush wurde verletzt Ha 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 Komm Schade Ich mag das Ich finde doch mal irgendwas Gutes Jetzt sind sie wieder Dreck Eine Rüstung Nicht für mich Toll Aber Guck mal hier Ha Ha Dummer Hund Ha Ha So Ich soll unter dem Bild graben Ich hoffe hier gibt es auch mal irgendwann irgendetwas Bitte Ein Stiefel Kann ich auch nicht aufsammeln Leute es dauert nicht mehr lange Also Nur die Ruhe Vielleicht soll ich die anderen Plattformen mal ausgerufen Oh Wer weiß Vielleicht liegt es einfach daran Dass ich dumm bin und nicht die richtige Plattform nehme Oh Nein Das liegt an euch Knochen Ne So Nehmen wir mal hier die Plattform So Rush Jetzt grab mal hier Ja 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 Schnurr, schnurr Mal gucken ob der Gegner sich tötet Nein schade Ja Grab, 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 grab Oh du hast sofort was gefunden Ein Was ist das denn? Goldring? Hau ich nicht Ich bin Megaman Oh keine Goldringe Mich wollen eh alle Frauen heiraten Ich kaufe nix Ich gebe nix Ich hab nix So Ja ich bringe in der Zeit hier so lustig rum Und ein bisschen Energie Ich bin blöd ey Zack Und nochmal Rush Als wenn ich schon tausend mal Rush Schnuppert hätte Bitte finde was Köter Nein das ist wieder nix Nein Stiefel Dreck So Da was So Wer hat mir das gesagt bitte Sie sollst da suchen Und der die Bilder wirst du was finden Ich hab mir den Namen von euch aufschreiben sollen Ihr Lustigen Ja 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 Ihr habt schon richtig verstanden So Ja und wieder Dreck gefunden Äh Oh ein Leben Na danke Toll Ging's darum Ein Leben Acht Toll Bullshit Das ist doch schwach Exit Soll ich jetzt doch nochmal Wo Wo gab's mir einen anderen Proto Bruder Gab's mir wirklich einen Cloudman Stage Ach dann gucken wir einfach Ich bin mir sicher Ich habe ihn schon entdeckt Ich bin mir eigentlich relativ sicher Ich bin mir so fast Ziemlich hundertprozentig sicher Aber Gucken Kann nicht schaden Und jetzt fallen wir hier runter Tot Ne Da oben gibt's nix Genau Aber Ha Eine Sache Ich soll das eine Teil mit Ähm Eis anschießen Dann sollst du hier nämlich schneien Das würde mich doch schon sehr interessieren So ein Schneefall Ist nicht zu verachten Pff Dann hauen die alle nach oben ab Okay Denen geht's auch heute zu gut So Und hier Nix Gut So Wir fliegen weiter Ich muss immer nur einen töten Dann hauen die Ah hier Ich Illde Ich will Ich 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 Ich